Ja, heute stelle ich euch die Bleistiftzeichnung eines Eisvogels vor, den ich vor wenigen Tagen direkt in der Natur an einem Flussufer beobachten konnte, was mich zu dieser Zeichnung inspirierte. Die ganz feinen Federn zeichne ich mit einem 0,3 mm Druckbleistift. Wer von euch Lust hat, auch mal so einen Eisvogel zu zeichnen, wird bei meinen Zeichenkursen fündig.